was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an der zuschauer und abonnenten ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu state of decay 2 meine lieben freunde wir sitzen hier fest unser auto hat das sprit verloren hier ist es und wir brauchen halt jetzt irgendeinen hausraum was wir durchsuchen können um an neues sprit zu bekommen weil unser typ wurde hier erschossen und da wollen wir natürlich wieder hin nicht erschossen getötet von irgendwelchen leuten wir wollen uns rächen und das muss ich ja natürlich irgendwie muss ich da jetzt hinkommen ich weiß dass da vorne von uns noch ein auto steht weil ich bin ja damit dahin gefahren ich muss da jetzt nur irgendwie hinkommen ich weiß es schon You're coming off. I can't do it. I'm going to get to it again. The sun is on. Now I'm going to get to it. I'm going to get to it. I'm going to get to it. I'm coming to it. I'm going to get to it. So. 300 m. I'm going to get to it. 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 Better drop that bloater before it gets too close. Now I have a problem. Okay. That was a mistake. I'm going to get to it. I'm coming bitches. So. Now I'm going to get to it. I'm going to get to it. I'm going to get to it. Let's try not getting a huge outcome on me. Not that I will get to it with 700 zombies. hinkommen. Das wäre natürlich jetzt echt belastend. Das ist ein dicker Zombie. Guck mal, hier ist doch echt Wasser. Was ist denn Geistergegenwart? Das ist ja ein bisschen größer. Ja, ich brauche etwas größer, als diese gewisse. Dann wollen wir einen Einzelp 맛있어요? Das ist mir einfach vor Ort. Scheiße! Almost empty on that. I've got to be quieter. I'm running on fumes here. 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 ich kann doch echt scheiße hingestellt unfassbar aber gut ich werde mich rechnen ich werde mich rechnen und die herzen aller mädchen brechen weg da wieso ist die waffe nicht ausgerüstet die engel das wird sein es geht schon wieder los das darf doch nicht wahr sein mach keinen scheiß ich dachte die wird tot warum stirbt die denn nicht das mach dich platt ohne scheiß geht doch scheiße ja ich werde gut ich werde gut Geh mal deine Knarre her. Geh mal deine Knarre. Mann, Mann, Mann. Hatte die Alte jetzt noch was? Wunderbar. Ich weiß, dass hinten noch Leute lagen. Hier habe ich abgeknallt. Wenn wir auch noch mal eben schauen gehen. Wo seid ihr denn? Da liegt doch einer. Da habe ich mal schöne... Oh nein, das bin ich. Oder? Da liege ich. Hier liegt noch einer. Oh. 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 Okay. da ist der krankenwagen voll und ich habe noch ein paar sachen der rucksack nehme ich auf jeden fall mit das kann abgelegt werden das auch jetzt kann ich da hinten nochmal eben schnell schauen gehen die auf jeden fall mit und dann können wir mitnehmen Das war's. 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 Das war's.